Ich rufe Tagesordnungspunkt 104 auf, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neufassung der hessischen Bauordnung und zur Änderung Landesplanungs- und straßenrechtlicher Vorschriften, Drucksache 19-6472 zu Drucksache 19, 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 Landesplanungs- und straßenrechtlicher Vorschriften gemäß der Drucksache 19.5379 aus der 19. Legislaturperiode. Hierzu der Änderungsantrag der Fraktion der SPD. Die Drucksache 19.640 aus der 19. Legislaturperiode. Ich darf hierzu sagen, dass das ein sehr detaillierter, umfangreicher und fundierter Änderungsantrag war. Ich möchte das wenigstens bei diesem Tagesordnungspunkt und die SPD loben. Vizepräsident Frank Lortz, CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und FDP Soll ich noch mehr zur SPD sagen, oder wie? Nein, Kollege Reif, Sie sollen bitte den Berichterstattung beenden. Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN und der FDP, Drucksache 19.640 aus der 19. Legislaturperiode, die Beschlussempfehlung ist folgende. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, GRÜNEN und FDP bei Enthaltung von SPD und LINKEN den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19.640 aus der 19. Legislaturperiode und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Herzlichen Dank. Danke schön. Erster Redner in der Debatte ist Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir hatten am Dienstag im Ausschuss einen sehr umfassenden Antrag der SPD-Fraktion diskutiert, der noch viele Änderungen vorgesehen hat. Ich glaube, über einzelne Punkte war es gut, dass wir darüber so ausführlich diskutiert haben. Es war auch gut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ministerium da waren, also wirklich zu vorgerückter Stunde und dann noch Rede und Antwort gestanden haben. Das passiert auch nicht jeden Tag. Meine Damen und Herren, ich glaube, wenn die SPD diesen Gesamtantrag in einzelnen Anträgen aufgespalten hätte, wäre es auch viel schwieriger geworden, darauf einzugehen bzw. ihn in Gänze abzulehnen. Nehmen wir zum Beispiel das serielle Bauen. Das serielle Bauen hat auch bei uns große Sympathie. Auch wir beschäftigen uns lange damit. Am Ende aller Tage kommen wir allerdings auch dazu, dass die Vereinheitlichung der Landesbauordnung der bessere Weg wäre. Würde man das hinbekommen, würde auch das serielle Bauen noch viel mehr Sinn ergeben, als wenn man serielles Bauen nur in Hessen machen würde. Das sind Fachdiskussionen, die uns begleitet haben, die sehr gut geführt worden sind. Ich glaube, dass mit dem Änderungsantrag, der jetzt von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP eingebracht worden ist, die hessische Bauachtung erst einmal eine gute Grundlage ist. Lassen wir sie wirken. Was wir machen können, ist alle Anregungen, die jetzt schon kommen, wieder aufschreiben, überprüfen, Auswirkungen der hessischen Bauordnung überprüfen und dann wieder einen neuen Prozess eingehen. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist aber auch gut so. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke schön. – Nächste Rednerin, Kollegin Barth, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach der Novelle haben Sie, Herr Minister, in unserer Ausschusssitzung nach der zweiten Lesung zur hessischen Bauordnung zu der Novelle am Dienstag gesagt. Herr Lenders hat es eben auch wiederholt. Die HBO wird also als fließender Prozess, der weitere Änderungen erfahren wird. Die SPD ist allerdings der Meinung, dass wir einige Punkte mehr schon jetzt hätten verbessern können. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, mehr Punkte als die, die jetzt in dem Gesetzentwurf stehen. Ständige Änderungen sind sicherlich auch nicht im Sinne der Anwender. Was muten Sie eigentlich denjenigen zu, die bauen wollen und auch sollen? Ja, Sie haben sich viel Mühe gegeben, nicht Sie selbst, Herr Minister, und auch nicht die Koalition, sondern zwei Mitarbeiter Ihres Ministeriums haben Dienstagabend zu allen Punkten unseres Antrags wirklich sehr ausführlich Stellung genommen. Aber der Handlungsauftrag Ihres Dienstherrn war klar. Es galt uns zu überzeugen, dass alle Punkte des SPD-Änderungsantrags falsch sind, alle Punkte, die, Zitat Herr Reif eben, sehr gut und ausführlich und fundiert waren. Am Ende des Abends war es also wieder der alte Grundsatz, Mehrheit ist Wahrheit. Denn alle Punkte unseres Antrags wurden abgelehnt. Herr Lenders hat es eben schon erwähnt. Vereinfachung zum seriellen Bauen z.B. funktioniert nicht, ist jetzt noch zu früh, bringt nichts, wenn es nur in Hessen und einzelnen anderen Bundesländern in der Bauordnung steht, wurde uns gesagt, obwohl eine Typengenehmigung immer nutzt. Denn auch wenn sie nicht überall gilt, lassen Sie uns doch an die Spitze der Bewegung stellen. Beim Holzbau haben Sie doch auch noch einmal die Kurve bekommen. Haben Sie doch endlich einmal Mut. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Auch bei den Fristen waren Sie zu keinerlei Zugeständnissen im Sinne schnellerer Bauprozesse bereit. Auch die aus unserer Sicht nach wie vor falsche Neuregelung des § 54 zu der Anzahl von barrierefreien Wohnungen. Wir hatten einen guten Vorschlag, der beides beinhaltet hätte. Ihre 20-Prozent-Quote kombiniert mit der alten Regelung, die Wohnung mindestens eines Geschosses barrierefrei zu halten, die auch bei kleineren Mehrfamilienhäusern gewirkt hätte. Es gibt keine Chance, Sie zu überzeugen. Mit unseren Bedenken haben Sie damit übrigens auch die Bedenken des VdK und der Behindertenverbände vom Tisch gewischt. Meine Damen und Herren, der VdK hat sich in einer aktuellen Stellungnahme noch einmal klar gegen ihre Quote ausgesprochen. Die Behindertenverbände hatten noch am Tag der zweiten Lesung aus Verzweiflung eine Onlinepetition eingebracht, um ihre Pläne zu verhindern, vergeblich. Herr Minister, Sie haben es bei Ihrem Gesetzeswerk versäumt, das vielsperriges Verwaltungshandeln beinhaltet, politisch Akzente zu setzen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ihr wichtigster politischer Akzent bleibt bei der nun sehr voluminösen Stellplatzsatzung, dass man künftig auch Autostellplätze durch Fahrradstellplätze ersetzen kann. Nein, Ihre Novelle, mit viel Werbeaufwand begleitet, hätte viel mehr erreichen können als das, was jetzt wohl beschlossen wird. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen und müssen bauen, bauen, bauen. Man kann es gar nicht genutzt genug sagen. Die Fachverbände haben viele gute Vorschläge gemacht, aber vieles davon sind sinnvolle Vereinfachungen. Auch alle unsere Vorschläge, ob jetzt in einem Antrag oder in einem Gesamtantrag, Herr Lenders, sind doch nun einmal egal. Am Ende zählt nur, Mehrheit ist Wahrheit. Schade, der große Wurf wurde verpasst. Ich zitiere aus dem Kommentar der FAZ von Rainer Schulz vom gestrigen Tage. Sie, gemeint ist die Landesregierung, hätte jedoch an der einen oder anderen Stelle mutiger sein und das Paragrafenwerk entschlacken können. Die HBO bleibt weiterhin mit vielen technischen Baubestimmungen überfrachtet. So bleibt es dabei. Nach der Novelle ist vor der Novelle. Wir werden uns wohl in absehbarer Zeit wieder mit der HBO neu beschäftigen, um Bauen einfacher, schneller und günstiger zu machen. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Nachdem Sie unseren Änderungsantrag mit allen Vorschlägen, die wir wirklich sachlich gut begründet haben, was hier auch noch einmal gewürdigt wurde, am Dienstagabend abgelehnt haben, werden wir Ihre Novelle nun auch ablehnen. Vielen Dank. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Förster-Heldmann, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Das Geschlecht hat sich gerade wieder umgekehrt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war jetzt ein Fauxpas. Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. Zur Sache, Frau Barth. Bei dieser Novelle der Hessischen Bauordnung hat niemand irgendjemanden vom Tisch gewischt. Das, finde ich, muss man einfach einmal festhalten. Denn wir haben nach der Anhörung gemeinsam feststellen können, dass die Anforderungen und die Sichtweisen zu der Novelle der Hessischen Bauordnung natürlich ellenweit auseinandergehen. Die Aufgabe bei der Novellierung dieses Gesetzeswerks ist natürlich, das alles zusammenzufassen und auch in einer angemessenen Art und Weise zu verknüpfen. Ich finde, das ist in ausnehmend guter Art und Weise gelungen. Denn es geht nicht darum, Einzelinteressen von besonderen Verbänden in Gänze einfließen zu lassen, sondern es geht darum, die Interessen von mehreren Verbänden zu einem Ganzen zusammenzufassen. Ich wiederhole mich, das ist ausgesprochen gut gelungen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin es nicht gewohnt, zu einem Thema so oft zu reden. Deswegen möchte ich auch nicht weiter inhaltlich darauf eingehen. Ich möchte aber schon noch einmal auf den Dienstagabend eingehen, weil ich fand, dass es eine ziemlich heftige Unterstellung war, von meiner Vorrednerin zu sagen, der Minister hat wohl Weisungen gegeben, dass die Verwaltung sozusagen angehalten war, alle Vorschläge der SPD abzulehnen. Diejenigen, die am Dienstagabend dabei waren, wir sind wahrhaftig nicht geschont worden, zu dieser späten Stunde auch noch mit sehr viel Fachwissen konfrontiert worden zu sein. Diejenigen, die dabei waren, haben feststellen können, dass die Verwaltung hochfachlich und sehr gut begründet jeden Punkt abgelehnt bzw. zur Ablehnung empfohlen hat. Sie haben auch in vielen Punkten gesagt, wir haben uns schon vorher mit diesen Themen beschäftigt. Sie konnten ganz klar darlegen, warum dies abgelehnt ist. Deswegen wurde da nichts vom Tisch gewischt, sondern es wurde klargemacht, dass diese hochkomplexe Gesetzesnovelle wirklich das ist, was ich gerade gesagt habe, komplex. Deswegen kann man da nicht einfach irgendwo drehen, z. B. die Hürden für die Sonderbauten einfach höher legen, weil man davon ausgeht, dass dann mehr gebaut wird. Auch das wurde widerlegt, nur um dem geneigten Publikum hier ein Beispiel Ihres Antrags zu geben. Gleichwohl ist es so, dass insgesamt dieser Gesetzesvorlage hervorragend vorbereitet wurde. Vor der ersten Lesung haben wir schon eine Sitzung des Ministers beiwohnen können. Die, die wollten, waren auch da. Die fundamentalen Änderungen dieser Gesetzesvorlage erklärt worden sind. In der ersten Lesung haben wir erste Einschätzungen machen können. Wir hatten eine, wie ich finde, hervorragende Anhörung, die unterschiedlichsten Teilnehmer sehr respektvoll miteinander umgegangen sind, obwohl sie wirklich das eine und das andere Ende dieses Themas vertreten haben. Deswegen kann man sagen, auch nach der Anhörung, wo dann noch einmal Verbesserungen in einem gemeinsamen Antrag in die Novelle eingeflossen sind, die wesentlichen Punkte sind schon alle genannt worden, muss ich sagen, ich bin ausgesprochen zufrieden mit dieser Bearbeitung und der Novelle und auch mit dem Ergebnis. Ich würde mir wünschen, auch im Nachklapp zu den letzten beiden Tagen, dass wir so häufiger miteinander umgehen können. Ich finde, dass wir eine politische Haltung hier wiedergeben können, was in ein Gesetz hineingehört und was bei dem Wirtschaftsausschuss am Dienstagabend auch noch einmal klar geworden ist, dass es natürlich nicht geht, dass man mit eigenen Vorstellungen sozusagen in diese Diskussion hineingeht, weil die bekommt man aus dem Gesetz heraus nicht widergespiegelt. Das Gesetz ist multikomplex und versucht, die ganzen vielen Dinge, die wir als selbstverständlich annehmen, ob es Brandschutz oder andere Dinge sind, zu beinhalten und auch zu berücksichtigen. Insofern ist es natürlich einfach, für einen Redakteur der FAZ zu sagen, das hätte man doch einmal ein bisschen entschlacken können. Aber im Detail liegt wirklich die Wahrheit. Wenn man jedes Detail dieser Bauordnung anschaut, weiß man auch, dass da jede Menge Wahrheit dahinter steckt. – Vielen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Caspar für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eine dritte Lesung der Hessischen Bauordnung. Viele Dinge sind ja schon diskutiert worden. Ich glaube, dass es eine sehr gute Novellierung ist, dass wir innovative neue Dinge aufgenommen haben. Erstens den Holzbau, zweitens den erweiterten Bestandsschutz und drittens die Möglichkeit, Bürogebäude, die in Wohnraum umgewandelt werden, ohne erneute Baugenehmigungen zehn Jahre lang wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Das sind erhebliche Fortschritte. Die Diskussion ist sehr unterschiedlich und breit gelaufen. Hier wurde vorhin erwähnt, dass ein Journalist gesagt hat, da wären viel zu viele technische Bestimmungen drin. In der Anhörung gab es den Bund Deutscher Baumeister, der die Position vertreten hat, all diese technischen Bestimmungen, die wir sonst haben, müssten auch noch in die HBO reingenommen werden, damit nur noch an einer Stelle nachgelesen werden muss. Sie sehen an diesen beiden unterschiedlichen Aussagen, wie die Positionierungen dort sind. Deswegen haben wir alle Anregungen, die dort kamen, von den Anzuhörenden sehr genau betrachtet und ernst genommen, und haben die alle geprüft. Auch die Dinge, die Sie dann in dem SPD-Antrag, die Frau Barth später noch aufgenommen haben, haben wir am Dienstagabend bereits erörtert. Das waren nicht Punkte, die Ihnen plötzlich eingefallen sind. Sie haben zu Recht gesagt, wir haben uns angeschaut, was die Anzuhörenden da noch gesagt haben. Sie haben das dann aufgenommen, als wir das für sinnvoll gehalten haben, als SPD-Fraktion. Wir haben uns diese Punkte eben auch angeschaut. Wir haben viele der Punkte der Anzuhörenden aufgenommen, aber andere aus bestimmten Gründen nicht. Was wir dann auch gemacht haben, weil wir meinen, eine Bauordnung ist jetzt nicht irgendwie ein sehr politisches oder ideologisches Gesetz, dass wir selbstverständlich, nachdem wir als Regierungsfraktionen überlegt hatten, was wir Veränderungen für sinnvoll halten, die anderen beiden demokratischen Fraktionen dieses Hauses gebeten haben, dass sie sich auch unseren Antrag anschauen und ob wir das vielleicht gemeinsam machen könnten. Da wäre es natürlich schon möglich gewesen, dass auch von Ihrer Seite Sie gesagt hätten, wir hätten gern noch den und den und den Punkt. Aber diese Reaktion haben wir eben nicht erhalten. Die FDP hat dann diesen Antrag gemeinsam mit uns gemacht. Die SPD hat erklärt, wir machen da nicht mit. Das ist Ihre Entscheidung. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Punkte, die Sie jetzt im eigenen Antrag eingebracht haben, nicht von uns im Vorfeld genau geprüft worden sind. Um das einmal zu verdeutlichen, zum Beispiel hat jemand angeregt, zu sagen, man solle immer das oberste Geschoss eines Gebäudes, egal wie es aussieht, als Dachgeschoss bezeichnen. Das hört sich erst einmal gut an. Aber wenn man dann überlegt hat, wenn zukünftig jemand ein Bungalow, ein Kellergeschoss, dann besteht sein Gebäude sozusagen nur noch aus einem Dachgeschoss mit den entsprechenden Sonderregelungen, die man für Dachgeschosse in der HBO hat. Man muss sich dann schon immer mit den Dingen beschäftigen und sagen, was das für Konsequenzen hat. Genauso, wenn Sie das Thema mit behindertengerechten Wohnungen ansprechen. Auch hier haben Sie eben wieder, obwohl Ihnen das am Dienstagabend ausführlich erläutert wurde, erklärt, bei Mehrfamilienhäusern müsste nur bei Ihrer Regelung eine behindertengerechte Wohnung sein. Auch da ist Ihnen erläutert worden, dass der Gesetzentwurf so die Dinge vorsieht. Sobald Sie ein Gebäude haben mit drei Wohnungen und mehr, muss mindestens eine Wohnung behindertengerecht sein. Mehr haben Sie auch nicht gefordert. Nur, das steht eben bei uns im Gesetz schon drin. Nein, haben Sie eben nicht. Insoweit ist das, glaube ich, eine vernünftige Regelung, die auch dieses Anliegen aufnimmt. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben damit einen guten Prozess gemeinsam als Parlament absolviert und sind zu einer sehr guten Bauordnung gekommen, die eine große Zustimmung bei den meisten Beteiligten findet. Auch das Thema, dass man angeblich in die Garage in Zukunft kein Fahrrad oder Pedelec mehr stellen könnte, ist klargestellt worden. Insoweit gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, dieser Bauordnung in der dritten Lesung nicht zuzustimmen. Vielen Dank. Vizepräsidentin Heike Habermann Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte das bereits vorgestern gesagt und auch in der Debatte zur ersten Lesung. In dieser HBO-Novelle sind einige sinnvolle Veränderungen enthalten. Es sind einige Dinge drin, wo wir uns gewünscht hätten, dass man ein paar Chancen mehr wahrgenommen hätte. Es ist sicher richtig und sinnvoll, dass es leichter wird, Gewerbe und Büros zu Wohnungen umzuwandeln. Das ist gerade für Städte wie Frankfurt unglaublich wichtig, weil wir dort einen massiven Leerstand an Büroflächen haben. Wenn es erleichtert wird, dass daraus Wohnungen gemacht werden, dann ist das gut, dann ist das sinnvoll. Wir reden dauernd über bezahlbaren Wohnraum, und so muss man ihn natürlich schaffen. Auch im Bereich der Stellplätze sind das vernünftige Regelungen. Das habe ich vorgestern bereits ausgeführt. Im Bereich der Barrierefreiheit hingegen hätten wir uns gewünscht, dass der eine oder andere Änderungsvorschlag von den Verbänden, insbesondere auch vom VdK, noch mehr aufgenommen worden wäre. Das hat leider nicht mehr so viel Berücksichtigung gefunden. Aber ich denke, wir haben das alles diskutiert. Mit Rücksicht auf unsere Allerlebenszeit und mit Blick auf die folgende Debatte zu den Straßenbeiträgen will ich das jetzt endlich. Auch darüber müssen wir endlich einmal reden. Ich bin voller Spannung auf diese Debatte, deswegen möchte ich gar nicht mehr alles wiederholen. Deswegen bleiben wir dabei. Wir werden uns bei dem Gesetzentwurf enthalten, weil vieles Sinnvolles darin steht. Aber an einiger oder andere Stelle hätten wir uns auch etwas anderes gewünscht. Herr Caspar, wir wurden auch nicht gefragt, ob wir uns an Änderungen beteiligen wollen. Sie haben gerade gesagt, das ist kein ideologisches Gesetz. Das sei halt als keine ideologische Frage. Es ging um die Bauordnung. Aber offensichtlich hat uns auf jeden Fall niemand gefragt, ob wir uns dort einbringen sollen. Das ist jetzt auch, wie es ist. Deshalb enthalten wir uns. Das Wort hat Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor uns liegt der Beschluss über eine sehr umfangreiche Novelle der Hessischen Bauordnung. Wie umfangreich sie ist, können Sie daran sehen, dass es eine Neunummerierung gibt. Wer sich ein bisschen auskennt, sagt eigentlich schon alles. Das ist quasi eine neue Bauordnung. Liebe Kollegin Barth, gleichzeitig meine ich das ernst. Nach der Novelle ist vor der Novelle. Das ist immer so. Das wird in jeder Legislaturperiode so sein, dass es neue Entwicklungen gibt, auf die der Gesetzgeber reagieren muss. Denken Sie einmal über die Frage nach, dass wir in dieser Bauordnung die Genehmigungsfreistellung für Ladegeräte für Elektromobile hatten. Da hätte man vor zehn Jahren noch nicht daran gedacht, dass das ein Thema ist. So bin ich mir ganz sicher, wird es auch in fünf Jahren wieder einen Punkt geben, wo man reagieren muss. Deswegen ist das kein Beweis dafür, dass man nicht umfangreich novelliert, sondern es ist einfach nur die Feststellung, dass sich in diesem Bereich viel verändert und dass wir immer wieder darauf achten müssen, dass wir unsere Gesetze der Realität anpassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und gleichzeitig auch mit unseren Gesetzen Realität vor Ort neu gestalten. Denn diese Bauordnung hat für viele Menschen eine ganz besondere Bedeutung. Ich will nur noch einmal der Vollständigkeit halber sagen, dass ich in den inhaltlichen Punkten auf meine Rede vom Dienstag verweise, das nicht alles noch einmal ausführen will. Aber ich will noch einmal ein bisschen auf den Prozess eingehen. Frau Kollegin Barth, das gebe ich ehrlich zu. Es kommt ja selten vor, aber ich bin ein bisschen ratlos. Ich habe im Vorfeld dieser Novelle intern gesagt, an dieser Bauordnung wird sich die Landtagswahl weder so herum noch so herum entscheiden. Das ist ein Thema, mit dem sich nicht alle Abgeordneten und auch nicht alle Fraktionen jeden Tag beschäftigen. Deswegen wollen wir einmal den Versuch machen, von Anfang an allen größtmögliche Offenheit zu gewährleisten. Ich habe vor der ersten Lesung, bevor wir die hier im Landtag hatten, alle Fraktionen eingeladen und dort vom Ministerium sozusagen den Beschluss der Landesregierung vorstellen lassen und ausdrücklich gesagt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenden Sie sich an uns. Wir haben dann eine Anhörung gehabt, die vom Kollegen Marius Weiß, der Kollege Abg. Reif hält das aus, unser Ausschussvorsitzender netter gegenüber den Anzuhörenden geleitet wurde, als das manchmal unser Ausschussvorsitzender macht. Im Ergebnis hat es aber auch zwei Stunden länger gedauert als sonst. Wir können uns alle daran erinnern. Deswegen will ich an dieser Stelle sagen, dass diese stundenlange Anhörung, wo ich von der ersten bis zur letzten Minute hier saß und viele von Ihnen auch, am Ende dazu geführt hat, dass wir auch im Koalitionsarbeitskreis bei zwei oder drei Terminen stundenlang über die Frage diskutiert haben, wie wir das, was die Anzuhörenden uns gesagt haben, am Ende auch in ein gutes Gesetz bringen können. Dann haben wir noch zusätzlich mein ausdrücklicher Wunsch, so haben wir den Prozess ja auch begonnen, dass wir diesen Änderungsantrag dann SPD und FDP zur Verfügung stellen mit der Frage, ob sie sich an dieser Stelle anschließen wollen. Die FDP hat ja gesagt, die SPD hat nein gesagt. Ich will das nicht kritisieren. Ich will das nur noch einmal feststellen, vom Verfahren her. Die SPD hat dann eigene Vorschläge eingebracht. Alles in Ordnung. Ich habe dann noch einmal intern bei uns gesagt, lasst uns, wenn wir dann schon die dritte Lesung haben, den Ausschuss dafür nutzen, diesen Punkt Schritt für Schritt durchzugehen. Denn keiner der Punkte, den Sie eingebracht haben, Frau Kollegin Barth, ist von uns nicht vorher ausführlich diskutiert worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Norbert Schmidt, ist ausführlich diskutiert worden. Ich glaube immer noch an die Kraft der Vernunft und des guten Arguments. Deswegen habe ich gesagt, damit wir nicht am Ende in eine Situation kommen, dass hier wieder schlechte Laune entsteht, nehmen wir auch, wenn es spät ist, uns eineinhalb Stunden Zeit. Ich habe den Empfang der Zeitungsverleger verpasst. Viele Ausschussmitglieder haben mir den Augen gerollt, als ich gesagt habe, wir gehen jetzt Punkt für Punkt durch, damit wir am Ende keine schlechte Laune haben, sind Punkt für Punkt durchgegangen. Wenn Sie denken, der Minister könnte den Leuten sagen, die Baurecht Tag und Nacht leben, jetzt denkt euch mal irgendetwas aus, wenn ihr es eigentlich für sinnvoll haltet, warum er jetzt sagt, dass es schlecht ist, dann kennen Sie ein Ministerium schlecht, Frau Kollegin Barth. Aber das nur an dieser Stelle nebenbei. Dann sind wir das Punkt für Punkt durchgegangen. Alle, die dabei waren, haben, glaube ich, etwas gelernt. Ich glaube an dieser Stelle immer noch, dass das richtig war. Um dann am Ende zu hören, das sei die Arroganz der Macht, und Mehrheit ist Wahrheit, ich bin wirklich ratlos. Was soll ich denn noch machen, außer dem, was ich da angeboten habe? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden jetzt eine... Der Minister hat überhaupt nicht gefragt, weil der Minister an dieser Stelle ein Gesetz in den Landtag eingebracht hat, und danach ist es Sache des Parlaments, wie es mit diesem Gesetzentwurf umgeht. Frau Wissler, ich wollte Sie gerade loben, aber ich kann es doch lassen. Okay, dann lasse ich es. Nein, ich mache es jetzt. Und wenn am Ende selbst die Linksfraktion sagt, na gut, dann enthalten wir uns halt, und ich an dieser Stelle höre wieder, dieses übliche Arrogant und Mehrheit ist Wahrheit, was sollen wir denn noch machen, außer das, was wir in dem ganzen Verfahren seit einem halben Jahr gemacht haben. Deswegen kann ich nur sagen, die Mehrheit des Parlaments wird diese Bauordnung jetzt nach allem, was ich höre und was ich voraussage. Das ist eine gute Bauordnung, und der Rest soll machen, was er will. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Ich lasse abstimmen. Wer in dritter Lesung den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Neufassung der Hessischen Bauordnung und zur Änderung der Landesplanung und Straßenrechtlichen Vorschriften zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Danke schön. Dann stelle ich fest, dass mit den Stimmen der CDU, der FDP und der GRÜNEN bei Enthaltung der LINKEN und gegen Stimmen der SPD dieser Gesetzentwurf angenommen worden ist. Er ist damit zum Gesetz erhoben. Frau Öztürk, Enthaltung? Ich bitte das Protokoll aufnehmen. Frau Öztürk hat sich enthalten. Herr Präsident. Herr Präsident.